Musik Küsstchen hier, Küsstchen da und man mag sich nicht voneinander trennen und dann muss man auch sagen, so, nun. Dankweilig wird's nicht. Wir haben so etwa zwischen 800 bis 900 Züge pro Tag. Verläft, verluft, geheiratet, hier geblieben. Sehr gut, ich sei 17 und ein halben Jahre hier. Also, mein zweites Zuhause. Ob es jetzt vorm Bahnhof ist, im Bahnhof, das sind einfach Welten, die hier zusammenkommen. Musik Auf dem größten Bahnhof Deutschlands hat heute Lars Anderle Aufsicht. Noch ist er selig. Schön pünktlichen Zug hier. Doch wenn Züge nicht pünktlich sind, Reisende den Anschluss verpassen, bekommt er die Wut als Erste ab. Mal ein paar Kraftausdrücke. Ja. Was heißt das? Was ist das für eine Scheiße hier? Ich glaube, ich komme damit inzwischen ganz gut zurecht. Ich nehme das nicht persönlich. Ich weiß nach so vielen Jahren hier, dass das aus der Situation entstanden ist. In seinem Kabuff auf dem Bahnsteig sieht er auf dem Monitor alle Züge. Weiß, was sich drohend zusammenbraut. Was ist denn mit dem Zug nach Köln heute Morgen? Da steht plus 30. Ja, leider. Das kam gerade eben die Meldung. Er steht hier nach Köln. 8.49 Uhr. Ja. Wird sich in der Abfahrt um etwa 30 Minuten verschwinden. Das ist ja allerhand. Auch auf dem Bahnsteig muss er die Hiobsbotschaft verkünden. Der Zug ist etwa 30 Minuten später. Viele hassten und rennen los, immer in der Hoffnung, dass sie den Anschlusszug doch noch bekommen. Vor der Auskunft versucht Sandra Pohle, Ruhe zu bewahren. Die Kundin will heute Abend in London sein, mit einem Sparticket. Der Flix-Train hat schon 70 Minuten Verspätung. Und alle Anschlusszüge schaffe ich dann logischerweise nicht mehr. Ich wollte eigentlich von jetzt, von hier nach Köln, Köln-Brüssel, Brüssel-Eurostar bis London. Nach Biggen? Kann ich den nicht, ne? Ja, das ist ja so, dass wir hier nicht mehr fahren wollen. Da haben wir keine Möglichkeit. Zu meinem Freund, der hat da einen Leergang. Und der wartet auf Sie. Einmal Ihr Handy zurück? Und dann wollen wir nochmal das ein bisschen nutzen. Ja, oben am Wochenende. Jetzt ist er enttäuscht, wenn Sie später kommen. Das stimmt. 10.28 Uhr, gleich 12. Frankfurt umsteigen, Mainz umsteigen. Tag hat, ist nun mal gewöhnlich. Bitteschön. Tschüss, gute Fahrt. Danke. Manchmal brauchen wir auch gute Nerven hier. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich. Also es ist natürlich, wenn eine Großstörung ist, haben wir natürlich schon verärgerte Reisende hier, die nicht erfreut sind. Manche sind dann so aufgebracht, manche Reisende. Und dann werden sie schon persönlich und beleidigen einen. Aber es geht. 10.15 Uhr wäre die nächste Möglichkeit, von gleich 13 AC. Mein Kind ist da, meine Ex-Frau. Ah, und wie alt ist das Kind? Mein Kind ist 8 Jahre. Dann freut es sich, wenn Sie kommen, wenn der Papa kommt. Hallo, grüß dich. Ich wünsche alles Gute. Tschüss. Ich bin jetzt schon seit knapp 30 Jahren hier, also ich möchte auch nicht woanders hin. Doch der Tag wird noch ungemütlich für sie und ihre Kollegen. Manche allerdings nehmen die Verspätung ihres Zuges mit Humor. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Beisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Verkehrte Wagenreihung. Schönen Tag euch noch, ne? Ja, tschüss. Gute Tag. Im Stellwerk herrscht konzentrierte Stille. Störungen müssen registriert, Züge umgeleitet, Ersatzgleise gefunden werden. Was da jetzt ist, kann ich dir noch nicht sagen, aber die Abfahrt wird sich einen Augenblick verzögern. Aufgrund seiner Verspätung fährt er 76 heute mal nach Gleis 12. Information zu IC 76 von Züge ich ankommt ursprünglich 15.36 Uhr heute auf Gleis 12. Wir haben so etwa zwischen 800 bis 900 Züge pro Tag. Dazu kommen etwa 1500 bis 1600 S-Bahn-Fahrten. Das machen die Kollegen drüben von der S-Bahn. Und ich weiß von der Hamburger Hochbahn, dass etwa 2400 U-Bahn-Züge den Hauptbahnhof hier passieren. Das ist ja irre. Das ist pro Tag. Und dann, wenn man überlegt, die Masse zwischen 500 und 550.000 Menschen, die jeden Tag den Bahnhof betreten, besuchen, durchgehen, ankommen, abfahren. Schon eine ganze Menge. Ich höre dann ganz oft diese mysteriöse Ansage, die heute in umgekehrter Wagenreihe. Und dann frage ich mich immer, wer stellt morgens die Wagenreihe um? Das kann ich Ihnen so genau nicht sagen. Warum er jetzt, wie gesagt, hinten vorne ist und vorne hinten. Schichtbeginn für Laura und Tobias von der Polizeiwache 11. Sie haben rund um den Hauptbahnhof täglich mit Schlägern, Dieben, Dealern zu tun. Eine Gruppe drückt sich auffällig unauffällig in einer Ecke herum. Eine Personenkontrolle. Wir hätten gerne einmal Ihre Ausweise. Sie beschließen, nachzuhaken. Alles klar, dann was, dass Sie eben den Bereich so ein bisschen verlassen. Sie wissen ja, wo Sie sich hier aufhalten. So, ich möchte einmal bitte Ihren Nachnamen. Ich ziehe ein bisschen die Sachen zusammenpacken, sonst... Wenn Sie mir den buchstabieren können, ist auch mal so gut. Ich möchte mal bitte zwei Personen pro Last anhalt, dort ist der Zopp. Dass man sich ein Grüppchen hier auffällt und ein bisschen abgeschirmt steht. So mit dem Rücken zur Öffentlichkeit, weggedreht. Die stehen meistens zu dritt, zu viert, tauschen Sachen aus, tauschen Drogen aus und das wollen wir hier halt vermeiden. Ob das eine Queckpfeife ist oder Sonstiges. Guckt, sieht man jetzt offensichtlich irgendwas in den Händen oder so, dass Sie da irgendwas dabei haben. Die Diebstahlrate am Bahnhof ist besonders hoch. Hallo der Herr. Ja. Ist das Ihr Rucksack? Ja. Ist ganz schwierig, wenn Sie den hier außer Augen lassen. Ich wollte Sie bloß darauf hinweisen, dass Sie so ein bisschen auf Ihre Sachen aufpassen. Gerade so ein Rucksack, wenn Sie den da hinstellen und kurz mal zwei oder eine Minute weg sind, kann das durchaus passieren, dass der dann da weg ist und Sie haben es gar nicht mitbekommen. Also das ist hier ganz extrem. Was haben Sie da gerade weggeschmissen? Im U-Bahneingang des Bahnhofs hat ein Mann schnell etwas weggeworfen, als sich die beiden nähern. Drogen? Hat er etwas gestohlen? Nicht malen. Sie haben sich daran gewöhnt, tagtäglich beschimpft, angebrüllt, bedroht zu werden. Der Hamburger Hauptbahnhof steht bundesweit auf Platz 1 bei Gewaltdelikten. In erster Linie sind sie natürlich stolz auf mich, dass ich so einen Beruf ausübe. Aber natürlich machen sich meine Eltern, mein Bruder oder auch meine Großeltern sich Sorgen, hier gerade in diesem Gebiet, gerade in Hamburg, dass ich hier arbeite. Die Kleine dann immer noch so, sagt sie dann immer, Papa, pass auf dich auf, wenn ich dann zur Arbeit fahre. Aber man versucht dann da auch so ein bisschen zu beruhigen und das klappt ganz gut. Also die ist dann aber auch ein Stück weit stolz auf ihren Papa. Wenn im Bahnhof oder im Zug etwas verloren geht, landet es meist bei Florian Sass in der Gepäckaufbewahrung. Ein Laptop. Laptop. Wo kann das her? Die beiden Reinigungskräfte haben beim Putzen einen Laptop gefunden. Wagen Nummer 379 Striff 2. Sie bekommen eine Quittung für die Abgabe. Der Laptop wird aufbewahrt, bis sich der Verlierer meldet. Nicht nur Schirme und Handys gehen verloren, selbst große Koffer. Wir haben viele Koffer da. Welche vermeiden Sie denn? So, grauer Koffer. Und da haben wir Sneaker. Ja, Wäsche, Ladekabel, suchen, finden, helfen, unterstützen, alles. Und so, hören Sie? Sehr schön. Also wir haben einen Koffer aus dem 800 gefunden. Oft wundert er sich. Warum gehen die Leute so in den Zug rein und kommen geschlendert wieder raus? Aber manchmal sind es die Umstände, schnelles Umsteigen, helfen anderen Passanten beim Aus- und Einsteigen und vergessen dann selber, dass sie Gepäck dabei hatten. Aber solange es sich findet, ist alles super. Er ist glücklich. Sein Geld ist zwar futsch, aber wenigstens die Ausweise hat der Taschen die bliegen lassen. So viel ist es leider nicht mehr geworden. Nee, Geld ist weg. Genau, Führerschein, Kundenkarten, aber personal ist weiß, ein Führerschein ist da. Ist ja auch das Wichtigste fast. Und das war's dann, oder? Das war's von meiner Seite. Super, danke. Ciao. Unten auf dem Bahnsteig wird es hektisch. Ein Rollstuhlfahrer hat den mobilen Dienst der Bahn um Hilfe gebeten. Er ist spät am Bahnhof angekommen. Sein Zug läuft gerade ein. Hast du die Bremse fest? Das war klapp, oder? Ja, schon. Aber wegen der Arbeit ging das jetzt leider nicht mehr. Die Deutsche Bahn bietet diesen mobilen Service kostenlos an. Hilfesuchende müssen sich nur vorher anmelden. Geschafft. Arbeit. Kam zu spät raus, passiert. Ach so. Aber wir haben es hingekriegt. In Köln wartet jemand auf einen, der ihn auch wieder rausholt. Die haben genau dieselben Informationen, die holen ihn raus, wir gehen zum Taxi. Petzold ist eine Institution. Hier kauften schon Udo Lindenberg und Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Ich bin eine gute Freundin, ja. Ach so, Sie haben, die besuchen Sie jetzt? Ja. Und woher kommen Sie? Ich aus dem Schwachswald, ja. Ich habe vor 30 Jahren hier schon mal immer Blumen gekauft. Ich ging hinweg ohne Fischbrötchen auf dem Heimweg und mit Franzbrötchen und so. Das ist Tradition, ja. Für meine Lebensgefährtin, die hat Geburtstag. Und ich kaufe hier schon seit zig Jahren. Meine Großeltern, meine Eltern, ich. Helmut Schmidt haben wir mal gehabt. Er hat für seine Frau immer rote Rosen gekauft. Für meine Freundin, die wohnen in Kopenhagen. Und Sie fahren jetzt nach Kopenhagen? Genau, ja. Jetzt fahren Sie das Wochenende zu Ihnen. Danke. Tschüss, alles Gute, seitdem. Ja, seitdem. Der ist jetzt für meine Freundin. Wir wohnen in zwei verschiedenen Städten. Wir führen eine Wochenendbeziehung. Und das Wochenende in Zukunft wird natürlich mal was Besonderes für uns. Und da gehört mal was Besonderes auch zur Begrüßung dazu. So schnell kommt die Liebste aber leider nicht. Eine technische Störung, ein belegtes Gleis. Freitagabend lebt er fast immer vom Prinzip Hoffnung. 20 Minuten Verspätung. Okay, ich möchte mich auch nicht, dass das Freuen auf den Besuch jetzt hier damit kaputt machen lässt. Ist jetzt 20 Minuten später. Kommen wir auch aus dem Rheinland und da sagt man ja auch, gut, gut, gut. Aber nicht drüber aufregen hat auch keinen Sinn und bringt gar nichts. Die Freude ist jetzt viel größer, dass sie jetzt kommt und der ist zumindest schon mal angeschlagen hier und auf dem Gleis dann. Lars Anderle ist immer noch im Dienst und hofft mit. Und dann kommt der Zug. Wir gehen jetzt noch hier Fisch essen. Aber nicht nur Fisch essen, der muss ja auch ein bisschen schwimmen können. Im Fischrestaurant im Hauptbahnhof stoßen nicht nur Reisende an, verdrücken Rotbarsch mit Bratkartoffeln oder Fischbrötchen. Hier sitzen auch Gäste aus Norderstedt und Harburg. Für sie ist der Hauptbahnhof Treffpunkt. Und weil es hier so gemütlich ist in dieser Ecke, deswegen landen wir immer hier wieder bei Gosch. Ich hatte jetzt kürzlich Geburtstag, wurde 88 Jahre alt und kriegte von meiner Tochter ein Geschenk. Und zwar unser Theater. Wie heißt das? Die Ollen Eltern. Und da wollen wir jetzt hin. Jetzt essen wir erst mal wie immer hier ein Fischbrötchen. Draußen zieht derweil Stadtteilpolizistin Kirsten ihre Runde. Als bürgernahe Beamtin arbeitet sie allein, wirbt um Vertrauen, gibt Tipps, wo Wohnungslose unterkommen können. Nimm das mal mit, auch hier für deine Jungs. Ja, danke schön. Vor dem Bahnhofseingang liegt eine alte Bekannte, zugedröhnt, hilflos. Du bist beklaut worden, oder wie? Ja, soll ich jetzt eine Anzeige aufnehmen? Kirsten besteht darauf, dass sie ihren Platz räumt. Sehr zum Unwillen der Frau. Und wenn ihr dann voll sind mit den Drogen und dann hier so lieben, die kriegen das nicht mit und merken das nicht. Und das ist dann einfach zu gefährlich. Denn Erfrierung oder so ist noch das Wenigste. Aber irgendwann sind sie vielleicht nicht mehr ansprechbar und es kümmert sich ja dann manchmal auch keiner mehr. Wäre die Frau aggressiv geworden, bekäme Kirsten sofort Verstärkung. Wenig später sieht sie sie im Bahnhof wieder. Ich habe ihr auch den Zettel für die neue Tagesaufenthaltsstätte gegeben, die wir haben, wo sie am Tag auch hin können, jetzt unsere Menschen, die auf der Straße leben. Sie kennt die ganzen Einrichtungen, aber sie möchte da nicht hin, weil da wird man beklaut. Aber beklaut wird man manchmal auch hier. Der Mann war kurz unachtsam und wurde bei der Einfahrt nach Hamburg bestohlen. Kirsten bringt ihn zur Sicherheitswache direkt vor dem Bahnhof, wo er Anzeige erstatten kann. Ich bin noch kurz auf Toilette gegangen. Dann war auf jeden Fall mein Laptop weg. Das gehört zum Alltag des Hamburger Hauptbahnhofes. Also es kommt dann schon ganz oft vor und dann können wir Taschendiebstähle halt in den Bahnen selber oder halt eben das Gepäck nur kurz neben sich abgestellt wird. Man schaut auf die Anzeigetafel, ob irgendwie Zug verspätet oder welches Gleis man nehmen muss und schon ist die Tasche weg. Die Bahn hat eigenes Sicherheitspersonal, das im Bahnhof für Ordnung sorgen soll. Jan inspiziert die Kofferkästen. Wurde ein Fach aufgebrochen? Wir gucken uns hier an, ob sich hier Personen aufhalten, die hier nicht hingehören und ob hier alles in Ordnung ist. Im Bahnhof herrscht Rauchverbot, aber die beiden haben gute Augen. Die Zigaretten sind ja auch nicht gestattet. Hier ist Rauchverbot. Einfach nach oben gehen in den Raucherbereich und dann. Schönen Tag. Und auf den Treppen soll auch niemand sitzen. Guten Tag. Alles okay bei Ihnen hier? Hier vorne gibt es gleich Sitzbänke. Da ist das ein bisschen besser zu sitzen. Nicht, dass hier noch jemand über Sie stolpert. Leicht könnten Reisende mit Koffern hinfallen. Diebstähle, Personen, die sich lange hier aufhalten, die miteinander Probleme haben, die das dann hier am Bahnhof austragen. Ja, hier trifft sich alles. Ist nicht langweilig. Nein, langweilig wird es nie. Morgens 4.30 Uhr herrscht im Bahnhof Kurzruhe. Seit fast 20 Jahren putzt Quapu Frimpong die menschenleere Wandelhalle. Immer von 4 bis 14 Uhr. Fünf Tage die Woche. Ich bin immer hier. Deswegen habe ich es wie zu Hause. Jetzt putzt er noch Bratwurstbuden und Fischlokale. Hauptsache Arbeit, Geld verdienen. Seine Tochter will Ärztin werden. Die unterstützt er. Um fünf kommen Brezeln und Brötchen und werden für den Ansturm ab 6 Uhr geschmiert und belegt. Um vier Uhr bis 14 Uhr. Jeden Tag? Ja, fünf Tage für Bock. Zwei Tage frei. Und Sie schicken ein bisschen Geld nach Hause für Ihre Familie? Ja, ein bisschen. Afrika, Ghana. Aus Benin, Westafrika. Neben Togo in Nigeria. Ein kleines Land ist es da. Und was haben Sie in Benin früher gearbeitet? Nein, nicht Elektriker. Warum arbeiten Sie hier nicht als Elektriker? Ja, weil in Deutschland ein bisschen schwer von der Sprache. Ich muss erst einmal lernen. Harwin Dasing mixt morgens immer Säfte. Er ist Hauptbahnhof-Fan. Ja, Bahnhof macht einfach mehr Spaß. Es gibt viele Kunden, viele Kultur, viele Gäste, viele Touristen kommen hier rein. Ich bin so, ich komme aus Indien. Ich bin 2011 in Deutschland. Ich bin Hamburger. Ah ja, kann man so sagen. Ganz genau. Moin, moin. Offenbar ist der Hauptbahnhof eine Zweigstelle der Vereinten Nationen. Auch der Chef des Franzbrötchenladens ist Neuhamburger. Ich komme ursprünglich aus Iran. Also ich bin 99 hierher gekommen. Ich fühle mich auch wie ein Hamburger. Seine Franzbrötchen sind berühmt und heiß begehrt. 2.000 bis 3.000, je nachdem, was da los ist. Also morgen ist natürlich mehr. Sonntage, Feiertage ist natürlich mehr. Aber so um die, sagen wir mal, durchschnittlich 2.000 bis 3.000. Es gibt Leute, die nehmen 40 Stück mit, 50. Noch München, nach Hannover, nach wie auch immer. Also viele sagen, die beste Franzbrötchen gibt es hier in Hamburg. Um 6 Uhr bekommt auch der Blumenhändler frische Ware. Einer der ältesten Blumenläden der Stadt steht unter Denkmalschutz. Die Art-Deko-Einrichtung stammt aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich bin seit 20 Jahren in den Hauptbahnhof und es ist jedes Mal so aufregend. Immer wieder verschiedene Menschen, immer wieder so viele Reisende aus anderen Ländern, aus anderen Bundesländern. Man kommt man im Gespräch, man erfährt ganz andere Kulturen. Ich komme aus Georgien. Tiefens komme ich verliefst, verlobt, geheiratet, hier geblieben. Jetzt bin ich Hamburgerin und jetzt nach so vielen Jahren kann ich ja sagen, das ist meine Heimat. Inzwischen sind auch Eulen, Hauselfen und Zauberstäbe bei Harry Potter angeliefert worden. Viele Reisende kommen nach Hamburg, um das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind anzuschauen. Es wird nur hier aufgeführt und zur Einstimmung gehören natürlich der richtige Zauberstab und Dobby, der Hauself. Dann bietet sich der Hamburger Hauptbahnhof natürlich auch an, weil der Bahnhof ja auch bei Harry Potter ein sehr wichtiges Element ist mit dem Gleis neunter Viertel und eben das passt halt auch sehr gut. Um sechs Uhr geht der Betrieb los. Die Wandelhalle hat eigene Wachleute. Kaum haben sie die Fressmeile geöffnet, bilden sich erste Schlangen. Schnell noch ein Franzbrötchen und ein Kaffee vor der Arbeit. Die Wachleute kümmern sich auch um Ladendiebstähle, betrunkene Drogendealer. Besoffene, ja, Junkie, ja, und gibt es viel Stress, dann müssen wir natürlich sofort da sein. Das ist gut, dass auch hier, dass die Bundespolizei sehr gut arbeitet. Wir arbeiten, kann ich sagen, zusammen. Gut, es ist jetzt vielmal besser gewonnen. Mit Hilfe von Polizei, mit Hilfe von anderen Deutschen Bahnleuten. Und ist gut. Um neun Uhr rollt der Wagen vom Fischmarkt an. Etwa 120 Kilo frischer Fisch wird hier pro Woche verdrückt, sagt Chefkoch Christian Prigge. Sehr schön. Selbst zum Hamburger Hauptbahnhof haben sogar Stammgäste, die extra zu uns kommen, weil sie wissen halt, dass wir frischen Fisch haben, frische Ausland und Champagner trinken. Theaterleute, Reisende, die sich gerne über die Verspätung der Deutschen Bahn bei uns beschweren, können wir gar nichts dafür. Ich koche nur nicht Fisch und ich bin nicht für die Bahnfahrpläne zuständig. Also ist schon wirklich ein lustiges, kunterbuntes Treiben hier am Hauptbahnhof. Bunt ist der Bahnhof wirklich. In der Bahnhofsmission gibt es zwar keinen frischen Fisch, aber heißen Tee oder Kaffee. Tee? Früchtetee mit Gas? Und ein freundlicher Schnack mit Bufdi Joy vom Bundesfreiwilligendienst ist auch immer drin. So, bitteschön. Dann haben Sie jetzt ja heute Abend ein warmes Bett, wenn Sie jetzt die Krisenstraße gefunden haben, oder? Ja, das ist gut. Das freut mich. Ja, perfekt. Sehr gerne. Tschüss, Ihnen auch. Tschüss. Sie lädt Handys von Wohnungslosen auf und sagt, sie lerne hier an einem Tag mehr als in einem Jahr Schule. Ich finde das super hier, weil man halt unterschiedliche Menschen einfach hat und nicht jeden Tag das Gleiche. Und auch sehr viel positive Rückmeldung bekommt und interessante Geschichten hört und ja, oft auch einfach mit kleinen Mitteln schon helfen kann. Bitteschön. Soll ich noch ein bisschen rauskommen, weil wir vielleicht ein bisschen quatschen oder so? Guck mal, kein Problem. Ich bin hier vorne an der Treppe. Ja. Danke. Wie geht's Ihnen denn heute so? Ist es besser jetzt? Oder? Na, es geht. Also ich bin gelernter Koch. Ja. Verlust von den Eltern durch einen Autounfall. Dann bin ich halt, ja, ich war jahrelang trocken gewesen. Bin dann wieder rückfällig geworden mit dem Alkohol. Darum will ich jetzt wieder auf Therapie gehen. Dann sind Sie ja auf einem guten Weg, würde ich sagen. Hierher kommt er oft. Im Bahnhof gebe es nur Stress und oft werde er einfach weggescheucht. Man kann nicht sitzen, man kann einfach nur stehen. Und wenn man einen Kaffee in der Hand hat, machen sie Augen zu, aber sonst nur raus. Oder man hat minus 5 Grad, dann lassen sie eh noch drin. Jan und Beatrice von der DB Sicherheit kennen das Problem. Eigentlich sollen Obdachlose nicht in den Gängen kampieren. Aber wenn es kalt ist oder in Strömen gießt, drücken die beiden ein Auge zu. Und wenn er nicht um sich rum müllt, ja, und auch für niemanden eine Behinderung darstellt, ja, dann ist das bei Minusgraden schon okay, wenn er sich mal ein bisschen aufwärmt. Guten Tag. Energisch verscheucht werden die Raucher. Die rasten aber manchmal aus, vor allem, wenn Alkohol im Spiel ist. Einfach auf der anderen Seite hinstellen, da dürfen Sie rauchen. Unter den Dächern nicht. Vielen Dank. Es kommt mir vielleicht manchmal zugute, wenn eine Frau dabei ist. Ja? Ja. Weil wir Frauen es doch anders schaffen. Gerade die männlichen, sag ich mal jetzt Betrunkenen, dann doch schon zu beruhigen, weil es gibt schon noch eine Hemmschwelle. Lars Anderle von der Aufsicht hat einen Mann im Gleisbett gemeldet, aber der ist schon weg. Jemandem ist das Telefon ins Gleis gefallen und anstatt uns zu rufen, springen die selber eben kurz ins Gleis, ja, und dann doch lieber uns verständigen, wir holen die Sachen schon aus dem Gleis dann. Auch Joy von der Bahnhofsmission wurde verständigt. Ein blinder Mann braucht ihre Hilfe beim Umsteigen. Das Problem ist, sein Zug hat Verspätung. Joy kennt den schnellsten Weg. und lotst ihn zum richtigen Gleis. Der Anschlusszug wartet schon abfahrbereit. Gerade hier so mit den vollen Bahnsteigen und die Züge halten auch nicht immer, wo sie halten sollen. Das ist schon eine große, große Hilfe auf jeden Fall. Und der Hamburger Hauptbahnhof, ist das für Sie ein Fixpunkt, dass Sie immer hier umsteigen? Immer, weil ich auch hier zur Arbeit fahr. Und von hier aus nach Hause ist so mein Mittelpunkt. Und an sich kenne ich mich alleine hier aus, aber bei dem Umsteigen ist das immer Hilfe, ist das immer gut Hilfe zu haben. Ja, schön. Dann wünsche ich eine gute Fahrt. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Und für mich hätte er es wahrscheinlich tatsächlich ja gerade nicht geschafft. Deswegen ist man da froh, wenn man Hilfe sein kann. An diesem Tag fallen einige Züge aus. Wagen verschwinden auf geheimnisvolle Weise. An anderen Wochenenden stürmen hunderte von Fußballfans den Bahnhof. Doch die meisten haben heute den Bus genommen. Die Optimisten vertrauen der Bahn und ihrem Verein. Also mit dem 1-0 wäre ich zufrieden, aber sagen wir mal 2-0. Diesmal bleibt es ruhig. Im Fischrestaurant ist derweil Hochbetrieb. 80 Kilo Räucherlachs und Matthias gehen hier pro Woche über die Theke. Wer aus Bayern oder Berlin nach Hamburg kommt, für den geht es nicht ohne Fischbrötchen. Wenn man schon durch Hamburg fährt, dann ist ein Fischbrötchen ziemlich passt. Ich habe gedacht, wir werden schon in Hamburg. Kurz halten, dann Fischbrötchen essen. Woher kommen Sie? Berlin? Berlin. Schönen Sie? Gut, auf einmal nach Berlin. Danke, tschüss. Tobias und Laura sind immer noch im Dienst und stoßen auf eine Frau mit Drogen. Ich möchte einmal einen Ausweis von Ihnen. Ja, haben Sie, habe ich nicht. Haben Sie nicht? Können Sie mündliche Angaben machen? Haben Sie da irgendwelche Ausweisdokumente drin? Nein, ich habe keine Ausweisdokumente. Prüfen wir, überprüfen. Kommen Sie eben hier ein Stück rüber? Aber ich gebe Ihnen jetzt für diesen Platz hier ein Aufenthaltsverbot, okay? Ja, sie hatte Konsumutensilien in der Hand, das heißt, sie ist auf jeden Fall BTMerin, deswegen haben wir sie jetzt kontrolliert und sie das Platz ist verbieten. Sie hatte eine Crackpfeife in der Hand und deswegen. Elf, bitte Vorsicht, der ICE nach Frankfurt fährt jetzt ab. Lars Anderles Schicht ist fast zu Ende. Sind alle drin im Zug? Verliebte muss er manchmal scheuchen. Es ist ja manchmal auch, habe ich es schon gehabt, Leute, die sich verabschieden wollen, kommen nicht voneinander los. Einer, der liebe Mann muss losfahren und die Frau ist draußen und dann Küsschen hier, Küsschen da und man mag sich nicht voneinander trennen. Und dann muss man auch sagen, so nun, Vorsicht, Tür schließt, jetzt ist der Abschied da. Der Zug mit den Liebespaaren ist unterwegs. Morgen geht es wieder los, wenn täglich 500.000 Menschen den Bahnhof nutzen, zwischen Weichen- und Wandelhalle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017